Das erste Halbjahr 2022 ist eines der schlechtesten Börsenjahre seit über 50 Jahren. Und jetzt kommt's. Der Chef der amerikanischen Notenbank hat letzten Donnerstag bekannt gegeben, dass das Zinsniveau in den USA um weitere 75 Basispunkte steigt. Ein wieder sehr steiler Anstieg. Und hat auch auf eine Frage eines Journalisten geantwortet, als er gefragt wurde, ja, was passiert, wenn die Inflation jetzt abnimmt und sie weiterhin die Zinsen steigen? Was passiert da mit ihrer Glaubwürdigkeit? Und da hat er sehr, sehr stark rumgedruckst. Am nächsten Tag wurde bekannt gegeben, dass das zweite Quartal in Folge die Bruttoinlandsproduktentwicklung der USA gefallen ist. Und damit herzlich willkommen in der technischen Rezession in den USA. Und da gab es ja viele Meinungen, viele Stimmen, dass das jetzt so schnell nicht wiederkommen soll, wird. Herzlich willkommen. Jetzt ist sie da und viele fragen sich jetzt eben, war es das jetzt? Weil Fakt ist auch, an dem Tag, als diese Notenbankenentscheidungen getroffen wurden, ging es unter volatilen Seitwärtsgeplänkel dann auch nach oben, auch dem Folgetag jetzt eben. Und viele fragen sich jetzt, war es das jetzt? Sehen wir ab jetzt steigende Börsen oder zumindest keine weiteren fallenden Börsen mehr? Und dazu möchte ich euch ein paar Fakten mit an die Hand geben. Zum einen ist es der sogenannte Fear and Greed Index. Der ist ein Stimmungsindikator, der misst, wie ist denn jetzt gerade die Stimmung am Aktienmarkt? Und nach wie vor gilt, dass mehr Leute Angst haben vor weiteren Kursrückgängen, als sie jetzt in einer gierigen Stimmung sind. Und Warren Buffett hat dazu ja auch mal den Ausdruck gebracht, du sollst dann kaufen, wenn andere ängstlich sind. Dem Indikator zufolge wäre das jetzt ein gutes Beispiel. Und Warren Buffett, beziehungsweise seine Berkshire Hathaway, war ja auch im ersten Halbjahr 2022 stark auf der Käuferseite unterwegs. hat dort jetzt eben schon wieder Milliarden ausgegeben, so viel wie in den letzten Jahren nicht mehr. Und sie beweist einmal mehr seinen wirklich sehr, sehr langfristigen Anlagehorizont. Aber, und das sehen wir jetzt beispielsweise kommen, und den möchte ich dir auch gerne mal vorstellen, das ist die sogenannte Zinsstrukturkurve. Die Zinsstrukturkurve ist aus meiner Sicht ein Vertrauensmessinstrument, denn sie misst die Differenz zwischen den Zinssätzen, wenn du dich zwei Jahre lang verschuldest oder zehn Jahre lang. Was heißt das? Es ist normal, wenn du dich kurzfristig verschuldest, dass du weniger Zinsen zahlst, als wenn du dich langfristig verschuldest. Das wäre also in einer normalen wirtschaftlichen Situation gang und gäbe. Immer dann, wenn sich aber Marktteilnehmer untereinander nicht mehr vertrauen, immer dann kommt es zu einer sogenannten inversen Zinsstrukturkurve und du musst für das kurzfristige Ausleihen von Geldern mehr bezahlen, als für das langfristige. Weil alle nur noch sagen, ja, ich mache mal was, ich investiere was, aber nur noch für kurze Zeit, weil ich kann das nicht so richtig abschätzen, was da jetzt in der nächsten Zeit passiert. Die Nachfrage nach kurzfristigen Darlehen steigt stärker als die für langfristige Darlehen. Und das kannst du eben sehr, sehr toll mit diesen Linien darstellen, denn immer wenn diese Zinsdifferenz zwischen kurz- und langfristig negativ ist, also eine inverse Zinsstrukturkurve, war es schon immer so, dass an den darauf folgenden sechs bis 18 Monaten eine Rezession stattgefunden hat. Und wir sind jetzt eben auch wieder so weit, dass wir im April des Jahres 2022 das erste Mal eine inverse Zinsstrukturkurve gesehen haben seit längerem und jetzt wieder sehr, sehr deutlich invers sind. Und wenn wir da einfach auch mal in die größere Vergangenheit schauen, dann sehen wir, dass diese deutlichen inversen Zinsstrukturkurven, zum Beispiel im Jahr 2006, 2007 oder aber auch im Jahr 2000 immer große Einschnitte gezeigt haben. Man muss jetzt im Nachhinein sagen, dass dieser kleine Einschnitt da 2020 mehr Chance als Risiko war. Im ersten Moment natürlich wahnsinnig schmerzhaft, aber hier, wer da gekauft hat, wunderbar. Die Frage ist jetzt aber, gilt das jetzt wieder? Jetzt, wo wir deutlich invers sind, jetzt, wo wir in Deutschland oder in Europa Energiemangel bekommen werden höchstwahrscheinlich und die wenige Energie, die dann da noch da ist, mit großen Preisaufschlägen zu kaufen ist. Das ist etwas, das wir nach wie vor noch sehen werden und heute noch keine Antwort darauf gegeben werden kann. Aber, und da möchte ich euch nochmal mit auf den Bildschirm nehmen, möchte ich euch Tweedy & Brown vorstellen. Das ist ein Unternehmen, wo letztendlich Warren Buffett sein Handwerk initial gelernt hat und wo auch einer der Großmeister des Value Investments herkommt, Benjamin Graham, da gibt es ein tolles Buch über Value Investing, das er schon seit ganz, ganz langer Zeit herausgegeben hat. Also es ist deutlich über 50, ich glaube 60 oder 70 Jahre alt. Also ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber es ist wirklich sehr, sehr alt und die heute noch die Inhalte des Value Investments maßgeblich beeinflussen. Und dieses Unternehmen hat jetzt, und das finde ich sehr, sehr interessant, gekauft, nämlich in Deutschland bei Fresenius, bei der Deutschen Bank zum Beispiel, aber auch bei anderen europäischen Namen, wie zum Beispiel Johnson Service Group oder Zürich Insurance Group. Und das finde ich wirklich interessant. Warum? Weil ein anderer großer Hedgefonds, und das ist in dem Fall der größte Hedgefonds der Welt, also Ray Dalio, hat ganz groß auch fallende Kurse in Deutschland gesetzt und hat es dann auch zum Ausdruck gebracht. Meiner Meinung nach dann oftmals auch eine selbsterfüllende Prophezeiung. Also du siehst, die Profi-Investoren sind sich auch nicht einig, wie geht es weiter. Und ich glaube, dass wir selbst jetzt, und ich zeige dir das dann auch kurz noch an unseren Indikatoren, dass wir jetzt kurzfristig mal den Boden gesehen haben, aber in the long run, also das heißt in Q4, Q1 auch nochmal einen deutlichen Abriss sehen können, sehen werden. Und ich gehe jetzt mal mit dir auf den Bildschirm, denn ich habe dir ein paar Aktien mitgebracht. Zum Beispiel ist es PAS, also Pan American Silver. Das ist also eine Silbermine. Und wenn man das jetzt hier betrachtet, dann muss man ganz klar sagen, das ist ein intakter Abwärtstrend. Das ist also ein Hoch, ein tieferes Tief, ein tieferes Hoch, ein tieferes Tief, ein tieferes Hoch und jetzt wahrscheinlich wieder ein tieferes Tief. So, demzufolge müsste es, und die Indikatoren zeigen es jetzt eigentlich auch an, eine Aufwärtsbewegung wieder kommen. Und es wäre nur folgerichtig, wenn die vor dem Niveau von etwa 27 oder 26 Dollar wieder abnimmt. Aber, und das ist die große Sache, zwischen diesen 20 Dollar, die wir jetzt haben, und den 26 oder 27 Dollar, die es könnten werden, das aber auch keiner weiß, liegen halt einfach mal 36 Prozent. Und das ist die sogenannte Bärenmarktrallye, die immer und immer wieder auch für Furore sorgen kann. Ja, auch hier nochmal, wenn wir da die Regression einfach nochmal anschauen, dann siehst du, dass wir eigentlich immer noch in einem intakten Abwärtstrend sind und es in diesem Moment halt immer wieder Momente gibt, wo du Aktien günstig kaufen kannst, aber auch, wo du sie teuer verkaufen solltest. Und ich glaube, dass wir jetzt zumindest nicht in einem Szenario sind, wo wir sagen können, dass wir hier für diese Silbermine, also jetzt mal nur allein für dieses Wertpapier, können wir nicht sagen, dass die Aktie teuer ist anhand einer Regressionsrückschau. Gehören natürlich noch viele, viele andere Sachen dazu. Wie performt diese Mine? Aber letztendlich, wenn man das jetzt auch nochmal in the long run anschaut, könnte das hier alles nur eine bullische Flagge sein, um hier jetzt dann ganz massiv nach oben auszubrechen. Und ich sage hier wirklich, ich gehe mal wirklich einen Stockwert höher. Das sind also Zahlen, die dann im Nachhinein auch wieder sehr, sehr unglaublich erscheinen könnten. Wir sind sehr, sehr bullish für Gold und Silber, waren da viel zu früh dran. Wir haben das schon seit einem Jahr gesagt. Seither sind die Kurse, haben sie sich schlecht entwickelt. Das muss man auch dazu deutlich sagen. Aber jetzt, wo auch immer mehr Menschen der Fett nicht mehr trauen. Und das kannst du eben an diesem Chart auch ein Stück weit sehen. Das hier ist nämlich die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen, die momentan bei einem Niveau von 2,7 rentiert. Ja, sie war also auch schon deutlich höher. Sie war schon mal, ich darf aufrunden, bei 3,5 Prozent. Und diese ist jetzt fast ein Prozentpunkt wieder runtergekommen. Ist jetzt natürlich die Frage, ob hier jetzt wieder dieser Tipping-Point ist, wo es jetzt einfach wieder in die andere Richtung kommt oder ob es noch weiter zurückgeht. Wenn das so sein sollte, glaube ich, dass also die Notenbanken ihre Mittel, ihre Glaubwürdigkeit ein Stück weit verloren haben. und wir dann eben auch mittelfristig bereits schon wieder fallende Zinsen bei der Fett sehen könnten. Ja, alles im Konjunktiv. Keiner kann das so genau sagen. Hängt natürlich auch ganz stark mit den Inflationszahlen zusammen. In Deutschland hat es ja das erste Mal jetzt wieder eine leicht gesunkene Inflation gegeben. USA ist nach wie vor sehr galoppierend, definitiv galoppierend. Und die Zukunft wird es zeigen, ich glaube, dass wir jetzt den Sommer über eine Bodenbildung sehen können, die aus meiner Sicht schon stattgefunden hat. Sollte sich diese nicht bestätigen, geht es nochmal ein Stockwerk tiefer, dramatisch. Und deine Aufgabe als Investor ist es, davon zu profitieren in jeder Richtung. Leute, wenn du heute nicht Kenntnisse hast, auch von fallenden Kursen zu fallen, dann wirst du wahrscheinlich in den nächsten Jahren große Probleme haben werden. Das ist meine Aussage und du musst dich auf alles vorbereiten. Und wenn du wissen möchtest, wie das funktioniert, dann schau dir gerne das Training, das wir dazu vorbereitet haben, unterhalb dieses Videos an. Ich wünsche dir dabei viel Spaß und viel Erfolg bei der Umsetzung. Bis zum nächsten Beitrag. Servus, ciao.